Hallo, ich bin der Sigi und ich bin der schnellste Torwart der Welt. Ich befinde mich hier live im DFB-Pokalfinale und es steht 0 zu 0, nach zwei Minuten zu spielen. Hey Wolfgang, jetzt mach ihn halt einmal rein, der Ball ist doch rund. Ah, Moment, jetzt kommt noch ein Elfmeter herein. Ja, das trifft sich gut. Jetzt kann ich Ihnen meine übermenschliche Reaktionszeit einmal beweisen. Dann gehen Sie mal mit der Kamera vorsichtshalb ein bissel zur Seite. So, nun befindet sich der Ball im direkten Anflug auf mein Tor. Und weil ich so eine schnelle Reaktionszeit habe, kann ich in der Zwischenzeit noch ein paar private Dinge erledigen. Hiermit erkläre ich Sie zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Äh, sorry, aber ich hab noch was zu erledigen. Schade. Ja, aber mit der schönen Hose kann ich mich doch unmöglich schmeißen. Jetzt sage ich mal wieder heute Abend. Oh, okay.